Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight und wir sind mit Ash unterwegs. Ashley J. Williams und ich bin die Obsession. Achso, übrigens, ich habe ein Talent dabei, was meine eigenen Kratzspuren zeigt. Das ging mit Krankenschwester. Ich dachte mir, ich probiere mal neue Perks aus. Das mache ich viel zu selten. Also hier, ein Perk, dass ich meine eigenen Kratzspuren sehe. Und ich habe außerdem auch noch ein Perk mit, das ist unten rechts, das gelbe. Das heißt Seelenwächter. Kurz zusammengefasst, wenn ich geheilt werde, egal ob ich vom Todesstatus oder aus dem Verletztenstatus geheilt werde, kann ich für vier Sekunden einen Schlag einstecken, ohne dabei verletzt zu werden. Ich habe da nur diese tiefe Wunde, wie es eben auch bei Geliener Zeit zum Beispiel ist. Aber das kann helfen, wenn ich zum Beispiel gerade geheilt werde und der Killer kommt, dann kann ich mich schnell dazwischen schmeißen und meinem Maid passiert nichts. Mal gucken, ob das uns von Nutzen ist. Ich habe das auch nur auf Stufe 1. Also ich glaube, mit höherer Stufe verlängert sich dieser Zeitraum, wo man einfach einen Schlag einstecken kann. Aber ich habe mit Ash nicht so die besten Perks. Ich habe halt mittlerweile relativ viele Survivor. Und wenn man jetzt anfängt, jemanden zu leveln, kriegt man halt auch viel Mist. Deswegen, ja, habe ich einfach mal fixiert und Seelenwächter eingepackt. Ich denke, ich bin hängengeblieben. Ich denke, Barbecue ist sicher. Ach, schade. Wie kann die denn ihren Port abbrechen, frage ich mich. Aber okay. Dafür habe ich selber noch nicht genug Nurs gespielt. Um das zu wissen wahrscheinlich. Weil ich dachte, sie hat ihren Port so lange aufgeladen. Wenn ich ihr jetzt entgegen bin, muss sie an mir vorbeiporten. Aber sie konnte das irgendwie abbrechen. Danke, Jui. Ich lasse mich mal heilen. Oh, yeah. Schaffen wir das? Nein, das schaffen wir nicht. Jui! Nein! Jui, das war halt echt doof, ne? Also. Oh, die Krankenschwester hat ein Add-on dabei, dass wenn sie durch jemanden durchportet, dass man dann aufschreit. Das wäre cool, wenn mich jemand aufhebt. Oh, ich, äh... Hä? Ich kann damit selber aufstehen? Ich wusste nicht, dass ich damit selber aufstehen kann. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum wird die Leiste immer voller? Warum hört das nicht auf? Die Frage ist jetzt, geht das nur einmal, oder... immer? Davon habe ich überhaupt nichts gelesen in der Talentbeschreibung. Aber gut, der Ace sieht ja auch sehr schnieke aus. Ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo wir sind. Also, Ash und Ace im Stöhnen-Konzert gemeinsam ist auch sehr besonders. Was wird jetzt hier herkommen? Weil sie hat Barbecue. Oder Nurse is calling. Sie hat was gegen Ash. Sie ist gut. Leider. Normalerweise kann ich Krankenschwestern ganz okay ausweichen. Sie wird aber Nurse is calling haben. Okay, sie geht weg. Uh! Das war aufregend. Wo hat hier eigentlich ein Generator getuckert? Da... Das ist nicht gut. Ist die in unsere Richtung? Wir haben immer noch Ruinen im Spiel. Nicht mehr. Ruinen ist weg. Dann mache ich jetzt mal den Jen hier. Den ich eigentlich ganz am Anfang machen wollte. Aber Seelenwächter, das war jetzt... Ich weiß jetzt nicht. War das richtig so? Oder... Ich muss mir in der... In der Lobby nach der Runde nochmal durchlesen, was Seelenwächter macht. Ich meinte, das war nur... Obwohl... Ich glaube, das stand... Wenn du dich aus dem Todesstatus erholst. Aber wenn das immer geht, dann ist das ja wesentlich besser als... Unbeugsam von Bill. Man hat ja unbeugsam gar keine Berechtigung mehr. Ähm... Sind die jetzt... Au. Ich meine, ich weiß, da war eine verletzt und die wollte, glaube ich, einfach nur Hilfe. Ringelpilz wird anfassen oder was ist das jetzt hier? Hä? Hä? Äh? Habt ihr den Leck auch gerade gesehen? 1. 1. 1. 1. 2. 3. Oh, die Richtung kann ich nicht so gut. Lass mich. Ich glaube, das war mein Todesurteil. Oh, jetzt bin ich eher ungünstig noch reingerannt. Okay. Aber es fehlt nur noch ein Gen. Oh, die sind zu dritt am Generator. Das schaffen wir. Hoffe ich. Nein, wenn alle weggehen, schaffen wir das natürlich nicht. Ähm, ich hoffe, du hast geliehene Zeit. So, es ist nicht mein Herzschlag. Juhu. Jetzt ist wahrscheinlich nur noch Nöd am Start. Ich gehe mal, was man eigentlich nicht tun sollte, in irgendeine Ecke und heile mich. Weil, ich weiß nicht, ob sie Nurses Calling dabei hat. Ich versuche einfach, soweit es geht, aus ihrem Radius zu verschwinden. Aber sie scheint dort hinten Yui sowieso zu jagen. Es wäre schön, wenn wir rauskommen würden. Ich denke, die sind dort an den Ausgang gegangen. Ja. Die gehen auch direkt raus. Ja, wenn jetzt Blutwächter am Start ist, dann... ...habe ich ein Problem. Ash ist auch laut, ne? Der ist am Jammern. ...habe ich ein Problem. ...habe ich ein Problem. Kämmt die? Die steht da und kämmt. Ja gut, dann, ähm... ...gehe ich jetzt raus, solange Yui noch kämmt. Äh, kämpft. Yui kämmt ja nicht. Yui ist... Oh, die andere versucht es. Aber ich... Nee, ich gehe raus, weil... ...ich bin tot am Haken. Oder? Nein, was soll ich tun? Hä? Ja gut, aber sie ist jetzt halt Ripped. Ich kann nur für ihn tanken. Oh, nee. Nee! Sie steht halt da. Es ist mir jetzt zu blöd. Sorry, Leute. Ich, ähm... Ich bin raus. Sorry. Ich glaube, auch die Runde war... ...punktetechnisch gar nicht so schlecht. Oh. Komplett falsch eingeschätzt. Was? Dabei war ich eigentlich relativ lange in der Jagd, habe ich das Gefühl. Müll. Wow. Ich meine, ich wurde lange gejagt, aber irgendwie... Also gerade dann da ums Auto und so, aber wahrscheinlich hat das für mich gar nicht als Jagd gezählt, weil sie eigentlich Ace gejagt hat. Egal. Dann war es eine wirklich miese Runde von mir. Ich wollte hier nochmal gucken. Okay, du hältst dein Status-Effekt-Kondition für vier Sekunden, nachdem du geheilt wurdest oder dich vom Todesstatus erholt hast. Okay, das heißt, ich kann selber aufstehen, aber wahrscheinlich jedes Mal. Wie gesagt... Ähm... Dann macht ja unbeugsam von Bill gar keinen Sinn mehr. Das hat halt jetzt niemand unbeugsam dabei. Dann hätte ich das mal verglichen, aber... Okay. Ich bin rausgekommen. Das zählt und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl gehabt bei der Runde. Ich habe mich nützlich gemacht. Ich habe den Killer aufgehalten, das ein oder andere Mal, dass er die anderen nicht jagen konnte, von daher. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ähm... Und ich sage Tschüssi und bis zur nächsten Folge Dead by Daylight hier auf diesem Kanal. Ähm... Bis ganz bald. Macht's gut. азывae viel Santig die